ich könnte zum beispiel den thronsaal auch hier anbauen da hättest der könig auch nicht mehr so weit zum essen hier ist wieder eine kleine goldader und hier eine kleine steinader die ich gern mitnehme ich tue ich auch mal zur seite noch ein mauerwurfs loch aber mit viel eisen drin so eine holzleiter wenn du daraus fertig gebuddelt hast dann holen wir dich einfach raus so genau jetzt wird eigentlich unsere festung einigermaßen versorgt hier drunter ist ja nicht direkt was wo wir uns reinbuddeln könnten aus versehen nein hier ist noch jede menge stein im weg stein haben oder nicht haben ich muss halt hier gucken dass ich hier die decke zumach und die wände zumache später also werden wir wahrscheinlich wieder auf die guten holzpflanzen irgendwann umschwenken wir haben zweite luft mehr brauchen wir im augenblick nicht also geht es jetzt hier oben weiter obwohl ich brauche spitzhacken und plattenpanzer erstmal so mach doch die mauerwürfel kaputt gegen die dürftet ihr ja auch einigermaßen gut ankommen so und am besten auch gleich die leiter hier runter und da ich hier alles eh schon so verbreitere kann ich wahrscheinlich hier meine forschungsstation irgendwie reinbauen entweder das oder oder ich mache es hier drüben oder hier hier sind so wieder schon so wieder so viele rohstoffe die ich abgreifen kann und muss achso erst mal das oben weg machen und hier alles verkaufen was mal den mauerwürfen gehörte ach ja ich wollte hier einen zweiten arbeiter machen das oben weg gott wie viel ressourcen sind denn da noch da ist noch eisen hilfe also hier finde ich ressourcen mir fällt gerade so auf ich habe einen forscher der nichts tut und der erste forschungstisch ist ja umsonst also baue mir bitte einen forschungstisch kriegst du auch die handwerksverbesserung dass du effektiver arbeitest gleich wenn du effektiver arbeiten könntest du kommst da ja gar nicht hin weil wir hier ja schon mal eine brücke bräuchten schlechte schlechtes time schlecht geplant so jetzt kommen die leute zum essen und zum bauen und alles hier könnte ich auch kurz mit der brücke zumachen und ich könnte auch gleich so einen hier bauen da wird gold da wird humalin da wird überall eisen eisen ist immer gut für den anfang pflanze ich da noch eine holzpflanze hin da machen wir aber später zu naja ich könnte es effektiver machen nachher und hier einfach zwei oder ich mach das gleich so effektiv das war falsch ich verklick mich dauernd ich will nicht die pipette ich will die pflanze verschieben so jetzt aber kurz sind da unten noch roßstoffe versteckt moddeln sie jetzt hier weiter naja den thronsack kann ich ruhig eins tiefer legen wenn sie ihn ausgebuddelt haben dann kommen da wieder schatztruhen rein drei stück welche tiefer legen kann ich links und rechts hier auch ja das ist gute idee ich wollte ja auch den ganzen raum eins tiefer legen stimmt eigentlich zu tief darf ich jetzt erstmal nicht buddeln und ich muss auch irgendwann mal darüber buddeln dafür werde ich gerne erst noch einen militärischen zwerch ich hätte erstmal lieber gerne die steine hier und ja mit vier radieschen pflanzen komme ich klar und sechs holzpflanzen die gehen auch nachher sind es irgendwann mal nur fünf holzpflanzen oder wieder vier wobei mir grad so auffällt ich komme an die da nicht mehr ran jetzt komme ich an die ran aber nicht mehr an die nein wie ich drehe und wende die da ist zu viel also kommt die wieder weg und ihr werdet beide gleich mal zu kämpfern abgegradet so die nächsten beiden zwerge mache ich dann zu fern kämpfen du sitzt doch nicht ganz so gut so eine hübsche treppe eine holz und eisentreppe die passt doch perfekt und wieder ein forschungspunkt sehr schön ich glaube hier reicht es wenn wir nur die ebene hier zu machen die fünf blöcke okay das hier können wir nutzen das ist gut das können wir nutzen jetzt muss ich nur überlegen wie man das am geschicktesten macht ich könnte nämlich forschungstische hier zwei hinstellen jeweils hier noch einen hinstellen geben wir dem raum noch eine stufe mehr so wie weit geht es jetzt weiter hier noch mehr stein rausholen auch da ist und die jungen weg ab abbrechen abbruch abbruch Mist warum ist da jetzt so ein digium so mit den steinen jedoch können wir jetzt nicht pflanzkübeln eine statu bauen die setzen wir erstmal hier hin wie viel die ebene sind denn da noch also wie viele stein ne sind da noch im weg da jetzt muss ich hier zu bauen muss da zu bauen muss da zu bauen oh man ey nur weil das nicht richtig klappt mit den räumen gut dann kommt doch hier die forschung hin kommen hier forschungsräume hin kommen hier forschungsräume hin kommen hier forschungsräume hin kommen hier kommen hier